Ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit, ein Live von Anthony William zusammenzufassen und für dich zu übersetzen. Und zwar das Live vom 3. Dezember 2023. Da ging es unter anderem um eine mysteriöse Lungenerkrankung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, dass in meinem Umfeld sehr viele Menschen husten oder Grippe haben oder eine starke Erkältung. Und deshalb denke ich, dass die Zusammenfassung dieses Lives gerade in der jetzigen Zeit sehr hilfreich sein kann. Denn Anthony William spricht in diesem Live auch sein sogenanntes Erkältungs- und Grippetoolkit an. Und dieses verlinke ich dir unter dem Video in der Videobeschreibung, wo du es bei Anthony William Medical Medium direkt herunterladen kannst. Das Toolkit ist auf Englisch, aber das kannst du dir im Internet relativ einfach auch selbst übersetzen lassen. Also dann starten wir mit der Zusammenfassung. Es gibt wohl aktuell, laut aktuellen Nachrichten, eine Welle von einer mysteriösen Lungenerkrankung, die von China aus in die USA gerollt ist. Die Experten sagen, wir hätten wohl in Deutschland damit noch kein Thema. Aber Anthony William beobachtet das einfach in den USA und er sagt, es ist schwierig für viele Betroffene, denn das herkömmliche Antibiotika gegen diese Infektion zeigt keinerlei Wirkung. Und die Experten nennen diese Erkrankung weise Lungen und sagen, dass ein sogenanntes Mykoplasma oder das sogenannte Mykoplasmen die Ursache sei, also dass die Erkrankung bakteriell wäre. Anthony William erklärt in seinem Live, dass es keine Bakterien sind, sondern Viren, die diese Erkrankung auslösen. Und er sagt, wenn du diese neuartige mysteriöse Erkrankung bekommen solltest oder überhaupt nur Anzeichen einer Grippe, einer Erkältung oder auch diesen Virus, der uns die letzten drei Jahre beschäftigt hat, dann verzichte bitte auf Eier, Käse, Milch, Mais und reduziere dein Fett. Du musst dabei nicht komplett auf Fleisch verzichten, wenn du ein Fleischesser bist, aber du solltest auf Schweinefleisch verzichten, denn Schweinefleisch ist sehr stark fett- und eiweißhaltig. Und Anthony empfiehlt, dann leichtere Sorten wie zum Beispiel Hühnchen oder Putenfleisch zu essen, wenn du denn Fleisch essen musst, möchtest. Grund, warum du auf die genannten Nahrungsmittel verzichten solltest, diese sogenannten ungeeigneten Lebensmittel, unter anderem zählen dazu auch Getreide, also die glutenhaltig sind beispielsweise und andere genveränderte Nahrungsmittel wie Soja, Mais hatte er aufgezählt im Live, aber Soja zum Beispiel nicht, auch nicht irgendwelche Sirupe, Rübensirup oder Agavendicksaft oder ähnliches, aber die gehören auch zu diesen ungeeigneten Lebensmitteln. Also Grund, warum du das nicht essen solltest, wenn du eine Erkältung, Grippe oder eben so eine Lungenerkrankung bekommst, ist, dass diese Dinge die Viren füttern. Viren werden zum Beispiel in Laboren in Eiern kultiviert. Also nicht nur diese Viren dieser neuartigen Lungenerkrankung, also diese weiße Lunge genannt wird, sondern auch die Viren der Krippe oder von Epstein-Barr oder auch diese C-Viren, die wir die letzten drei Jahre um uns herum hatten. Zu Käse sagt Anthony William, dass Viren sich auch gerne von Käse ernähren und dass Käse auch dazu beiträgt, dass wir eben mehr Schleim produzieren. Denn das, was die Viren ausscheiden, wenn sie sich beispielsweise von Käse ernähren, das landet dann in unserer Leber und bei den meisten Menschen ist die Leber schon sehr stark überlastet und dann wird dieser Dreck, wie er es nennt, und dieser Schleim weitergegeben ins Lymphsystem. Also Käse belastet einfach sehr stark auch unser Lymphsystem. Und wenn nun diese neuartigen Viren der weißen Lunge, von dieser neuartigen Lungenerkrankung hinzukommen, dann wird so viel Schleim entstehen und es wird dann in der Leber und auch im Lymphsystem keinen Platz mehr für diesen Schleim geben. Und deshalb füllen sich die Lungen der Menschen, die betroffen sind, dann mit Schleim. Hinzu kommt, dass bei den meisten Menschen das Immunsystem ohnehin geschwächt ist. Und sie kennen die Informationen von Medical Medium Anthony William nicht und wissen dann eben nicht, was sie tun können. Nun aber zurück zu dieser neuartigen Lungenerkrankung. Also wie gesagt, sie sagen, es sei nicht viral, aber das stimmt nicht, sagt Anthony William. Es ist ein Virus. Und sie denken einfach, die Menschen sind jetzt noch ausgebrannt von dem, was die letzten drei Jahre so kursiert ist und deshalb sagen sie uns, es sei kein Virus. Aber das Ding ist, dass unser Körper auf Bakterien anders reagiert, sagt Anthony William. Was die Leute mit dem neuen aktuellen Virus bekommen, sind kritische Infektionen in der Lunge. Und diese werden nur von Zytokinenstürmen verursacht. Anmerkung von mir, was ist ein Zytokinsturm oder ein Zytokinersturm, das ist eine potenziell lebensgefährliche Entgleisung des Immunsystems. Zytokine sind nämlich Teil eines gesunden Immunsystems und es sind kleine Proteine. Diese helfen dabei, das Wachstum und die Aktivität unserer Blutzellen, also unserer Immunzellen, zu kontrollieren. Und Zytokine weisen das Immunsystem an, also diese Proteine weisen das Immunsystem an, seine Aufgabe zu erfüllen, dass es also aktiv wird. Wenn jetzt aber zu viele Zytokine freigesetzt werden, dann kann das eben dazu führen, dass das Immunsystem extrem auf Hochtouren arbeitet und dass es dann zu einem sogenannten Zytokinensturm oder Zytokinsturm kommt, den Anthony William in dem Live erwähnt hat. Also, Anthony sagt, Bakterien verursachen solche Stürme, solche Zytokinenstürme nicht. Viren hingegen verursachen diese Zytokinstürme. Deshalb ist es ein Virus, was diese neuartige Lungenerkrankung, diese weiße Lunge verursacht. Und er erklärt weiter, damit also nun bei diesem neuen Virus wirklich zu viel Flüssigkeit und Schleim in die Lunge kommt, braucht es eben diesen Zytokinsturm. Und du kannst bereits eine Last an Bakterien in deinem System haben. Und wenn dein Immunsystem ohnehin schon geschwächt ist, können diese Bakterien dann auch Fahrt aufnehmen, sodass sich noch mehr Flüssigkeit bildet und noch weitere Probleme entstehen. Also wenn du jemanden kennst oder selbst diesen neuartigen Lungenvirus durchmachst, dann weißt du, dass deine Probleme von diesem Zytokinsturm kommen und dass der nur mit einem Virus zustande kommt und nicht durch Bakterien ausgelöst wird. Und sie nennen das neuartige Virus weiße Lunge, weil sich Narbengewebe dadurch in der Lunge bildet. Und dieses Narbengewebe kann man eben auch in bildgebenden Verfahren, in Scans sehen. Das ist dann weiß. Aber wie kommt es jetzt zu diesem Narbengewebe? Also es beginnt damit, dass wir uns mit dem Virus infizieren. Also entweder es niest oder schnupft jemand oder hustet jemand in deinem Umfeld oder vielleicht auch auf das Essen, das du zu dir nimmst. Und so gerät der Virus erstmal in deinen Körper. Und dann startet eine Art Krieg zwischen dem Virus und deinen weißen Blutkörperchen, deinen sogenannten Leukozyten oder auch Immunzellen. Und der Virus versucht jetzt, deine Immunzellen zu töten und die Immunzelle versucht, am Leben zu bleiben und den Virus zu töten. Und dieser Kampf, der da in dir tobt, das ist der sogenannte Zytokinesturm. Und wenn jetzt dein Immunsystem geschwächt ist, dann kann der Virus den Kampf gewinnen und in das Lungengewebe eindringen und dort einige Zellen deines Lungengewebes auffressen. Und dadurch entsteht dann dieses Narbengewebe, was auf den Scans ersichtlich ist. Das ist also im Prinzip der Prozess hinter diesem neuartigen Virus. Wo kommt nun der Schleim her? Dazu sagt Anthony, dass eben während dieses Zytokinensturms, also während dieses Kampfes, Virus gegen Immunzellen, eben beträchtliche Mengen an Immunzellen, an weißen Blutkörperchen, vernichtet werden. Und dein Immunsystem quasi in eine Krise gerät. Und die weißen Blutkörperchen, die explodieren quasi während des Kampfes. Und das ist ein Alarmsignal für dein Knochenmark, das dann auf Hochtouren läuft und vermehrt weiße Blutkörperchen, also vermehrt Immunzellen produziert. Die machen sich dann auf den Weg in deine Lunge und feuern dort quasi den Kampf weiter an, weil sie den Virus aus deinem System ja beseitigen wollen. Und wenn sich dann die Lunge etwas beruhigt hat, bekommt man durch diesen Kampf, durch diesen Prozess, der da in dir vorgegangen ist, eine Art Überlastung mit Schleim. Denn der Schleim entsteht quasi als Nebenprodukt der Viren, die durch die Immunzellen abgetötet wurden. So entsteht im Übrigen auch Eiter oder auch so gelber Auswurf, gelber Schleim. Und all dieser Schleim sammelt sich dann in den unteren Abschnitten deiner Lunge. Also nicht im oberen Bereich, sondern quasi unten in deinen Lungenlappen. Und diese Art der Viren, also diese neuartigen Viren, die diese weiße Lunge machen, diese Erkrankung machen, das sind Viren, die die eigentlichen Probleme in diesen unteren Lungenbereichen auslösen. Sie gehen also ganz tief rein in die Lunge und sitzen nicht nur am oberen Lungenrand, Richtung Brustbein, wie sie zum Beispiel bei einem Schnupfen oder bei einer leichten Krippe, da sitzen sie weiter oben. Also wenn du einen anderen Virus bekommst, nicht diesen neuartigen, einen Virus, von dem du ein Schnupfen oder eine Art Krippe bekommst, kann sich natürlich auch Schleim bilden. Aber dieser bildet sich quasi an anderer Stelle in deinem Kopf und fließt dann, während du schläfst, runter in die Lunge. Aber nicht in den unteren Teil, sondern eben in den oberen Teil. Und so bekommst du dann Husten und deine Lunge will durch dieses Husten im Prinzip den Schleim ausscheiden. Dagegen hilft dann ein Schleimlöser, damit du diesen Schleim aus deiner Lunge bekommen kannst. Und das ist eben der Unterschied von diesem Abpusten des Schleims aus dem oberen Bereich, von einem anderen Virus wie Schnupfen, Krippe etc. zu dieser neuartigen Lungenerkrankung, dieser mysteriösen Lungenentzündung, die da weiße Lunge wohl genannt wird. Denn da gehen die Viren einfach ganz tief rein in den unteren Bereich. Und wenn sich die Lunge dann im unteren Bereich sehr stark mit Schleim und Eiter gefüllt hat, dann kommt es irgendwann an den Punkt, wo die Betroffenen nicht mehr gut atmen können und wo sie das Gefühl haben, in diesem Schleim ja fast schon zu ertrinken. Antony weist dann darauf hin, dass die Menge an Schleim, die produziert wird, auch in großem Maße von unserer Ernährung abhängt. Also egal, ob du jetzt diesen neuartigen Virus bekommst oder einen Grippevirus oder eine andere Art Viren, dann solltest du dringend auf Käse, Milchprodukte, Fette, Eier verzichten. Weil all das die Viren füttert, die dann immer stärker werden. Und auch, wie vorhin schon erwähnt, auch diese ganzen ungeeigneten Lebensmittel, auch Mais, Soja etc. solltest du besser weglassen. Hilfreich ist, wenn du mit Grippe oder Erkältung zu tun hast oder auch mit diesem neuartigen Grippevirus, dass du morgens nüchtern Zitronenwasser trinkst, um deine Leber zu durchspülen. Das hilft schon mal, den Schleim und den Dreck in deiner Leber zu reinigen. Auch der Selleriesaft wird von Anthony William da erwähnt und der kommt im Übrigen auch in allen Protokollen vor. Wenn du dir mal die Protokolle in dem Heile dein Gehirn, das Praxisbuch anschaust, wo es um Erkältung und Grippe und so weiter geht, kommt der Selleriesaft in allen vor. Auch ein Vitamin C und auch ein B12 und ein Zink, Zitronenmelisse und auch der Thymian-Tee. Und Anthony William sagt, auch in dem Toolkit gegen Erkältung und Grippe sind wesentliche Dinge genannt, die du tun kannst. Und du kannst aus diesen Protokollen auch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, nur drei oder fünf Dinge dir rauspicken. Du musst nicht das ganze Protokoll umsetzen. Also du könntest auch zum Beispiel den Thymian-Tee, das Thymian-Wasser machen, Zink und Vitamin C nehmen. Das, was du da hast und auch das wäre dann schon hilfreich. Und vor allen Dingen wichtig ist, wie gesagt, die Ernährung. Du solltest dann eben die genannten ungeeigneten Lebensmittel meiden, das Fett reduzieren und neben Zitronenwasser, Selleriesaft auch einen Gurkensaft trinken, ein Kokoswasser, viel grünes Blattgemüse und Salat essen, auch Gemüse und Obst. Und ich empfehle dir auch, den Brainshot, also diesen Saft fürs Gehirn zu machen. Im Deutschen heißt er im deutschen Buch Krankheitskeime. Und der hilft, wenn du das Gefühl hast, dass du dich vielleicht angesteckt hast mit Grippeviren oder Ähnlichem oder einfach besorgt bist, dass du ja mit der Nahrung vielleicht auch etwas aufgenommen hast. Also schau da gerne mal rein. Und Anthony William erwähnt dann noch die rohe Knoblauchtherapie und die geht folgendermaßen. Die findest du auch auf seinem Blog im Übrigen. Du nimmst also eine rohe Knoblauchzehe, zerdrückst die und fügst entweder etwas Avocado oder etwas Banane oder etwas gekochte Kartoffel oder auch einen Löffel voll Honig hinzu, verrührst das und wiederholst diese Therapie dreimal am Tag, solange bis du dich besser fühlst. Und das machst du am besten gleich bei den ersten Anzeichen einer Erkältung, einer Grippe oder auch einer Halsentzündung. Knoblauch enthält wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, die dir helfen werden, den Virus und auch Bakterien, ja, Halsentzündungen entstehen ja meistens durch Streptokokken, also Bakterien und Knoblauch kann dir da helfen oder deinem Körper helfen, die Viren und Bakterien quasi zu töten. So, das war nun also die Zusammenfassung von dem Live von Anthony vom 3. Dezember 2023. Und eine Botschaft, die ich euch gerne noch mitgeben möchte, dieser Virus White Lung Syndrome, der jetzt wohl gerade in China und USA rumgeht, der ist wohl in Deutschland noch nicht so auf dem Vormarsch, was ich so in den Medien gelesen habe. Aber es wird auf Weihnachten hin, so sagt Anthony in einer anderen Botschaft, wohl ein weiterer Virus sich auf den Weg zu uns machen. Und da könnt ihr euch jetzt schon mal vorbereiten, also ladet euch am besten diesen Werkzeugkoffer, dieses Toolkit gegen Erkältung und Grippe herunter, was er erwähnt hat. Und schützen könnt ihr euch auch, indem ihr eben viel Antioxidantien zu euch nehmt, vor allen Dingen euer Vitamin C erhöht, also auch hin und wieder mal die Schocktherapie macht oder sogar mehr, auch die Zinkschocktherapie, die Thymian-Schocktherapie, also Thymian-T-Schocktherapie. Denn dieses Thymiol, was ja in den Stängeln von dem Thymian enthalten ist, das bleibt eine Zeit lang auch im Blut und verteidigt dann quasi euer Immunsystem und greift im Prinzip Eindringlinge direkt an. Also das empfehle ich. Und kleine Erfahrung meinerseits, die ich gemacht habe, ich habe kürzlich die Thymian-Schocktherapie auch fünf Tage gemacht, eine Woche pausiert und wiederholt. Und ich muss sagen, um mich herum hat alles geschnupft, genau deshalb habe ich es getan und auch gehustet und ich habe also nichts davon abbekommen. Also da lade ich euch dazu ein, das ist auch recht günstig zu machen. Weitere Supplemente, die gegen diese neuartigen Viren, die die Lunge betreffen, helfen, sind NAC, das ist ein N-Acetyl-Cystein, das ist Lomatium, das ist Mullenleaf, Mullenleaf ist die Königskerze auf Deutsch, auch Oliveleaf, also das Olivenblatt, Eyebrite, der Augentrost, sind alles Dinge, die gegen Husten helfen und gegen diese neuartigen Viren. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr Husten habt, ist eine Zwiebel in heißes Wasser legen und diesen Dampf einatmen, das löst auch den Schleim und bringt den Schleim aus der Lunge. Hilfreich ist aber auch der Shot gegen Kontamination mit Schimmel und der Shot gegen Krankheitserreger, Krankheitskeime. Wenn ihr die Shots macht, wenn ihr merkt, dass sich da was anbahnt, dann ist das also sehr, sehr hilfreich. Aber unterm Strich, macht euch keine Sorgen, arbeitet mit den Engeln, geht bitte nicht zu tief in die Angst und sorgt gut für euch, schaut nach eurem Stresslevel, denn zu viel Stress senkt unser Immunsystem, also seid für euch da, sorgt gut für euch. Bei Fragen bin ich gerne für euch da, meldet euch gerne, führe euch gerne auch durch diese verrückte Erkältungs- und Krippezeit. Ich verlinke euch unter dem Video auch gerne das Kontaktformular, wo ihr ein kostenloses Kennenlerngespräch anfragen könnt. Und so wünsche ich dir gerade in der aktuellen Situation hier jetzt im Winter eine gute Heilung, solltest du dir was zugezogen haben und ansonsten ein stabiles Immunsystem. Alles Liebe! 3. 4.